Willkommen zu einem weiteren Call of Duty Commentary Was ich hier jetzt labern soll Ach du Heiliger Ich bin halt etwas nervös Ich denke, das ist verständlich, oder? Wo ist der Bastard? So, Alter Natürlich mit ein bisschen Game-Musik als Hintergrund Muss natürlich auch sein Oh Noob T-Rober Naja, wenigstens habe ich ihn noch getötet Läuft zum Beispiel Oh, oh, oh Aua, von oben Aua, 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 Aua Ah, ich habe keine Ahnung Das ist scheiße dran Eins zu eins Wie peinlich Nehmen wir die Lasergun mal Die gute alte ACR Ach du Heiliger Wo waren die Huch, das war jetzt Dank meinen Reflexen und ein wenig Glück natürlich Wer will hier was auf die Eier Ja, taktischer Rückzug Alter, ich komme nicht raus Ich peil's gar nicht Ich hab jetzt zwei Kills Yeah Drei So, natürlich War, wie war ein normaler TDM Ich denke, ich bin ausgerüstet mit der Tar 21 Schall gedämpft Und Headshot Und No Mal schauen Haha Da hast du nicht damit gerecht So, mein schönes Predator Missile Oh oh Nicht gut, nicht gut, nicht gut Der hat mich gesehen Bin ich tot Nein, noch nicht Oh mein Gott Harriers For the win Alter Double Spray Und noch ein Kill Ah Alter, ich mache hier gar nichts Ich bin scheiße wie nichts Und mache Kills wie ein Idiot Ah Oh ne Scheiß Painkiller Schmerztablette Auf Deutsch Ähm Nein, mein Herr Stepp Oh oh Und Payblown Mir gefällt Oha Alter, ich bin Ein wenig nervös hier Und ich habe keine Ahnung, was ich Jetzt reden soll Ich bin viel zu konzentriert Von das Aber ich denke, ich kriege hier doch noch Was auf die Reihe Will ich mal hoffen Der Bastard beginnt schon wieder meinen Payflow abzuknallen Okay Habe ich jetzt aufgenommen Die UMP hier Obwohl eigentlich die ACR Hat auch fast keine Ammo mehr Naja Ich werde sogar leben müssen Hallo Mein Freund Ja, ich camp jetzt ein bisschen Ich packe Oha Aber irgendwie Äh Habe ich auch gar keine andere Wahl Hier etwas anderes zu tun Also ich hätte schon die Wahl Ich könnte einfach Rainbow Style machen Und Kassieren Oh Wie ein Kill Oh ne Oh ne Nimm das Oh ne Naja Ich musste ja auch mal sterben Nicht Kann nicht sein, dass ich Äh Hier wie Gott Durch die Gegend renne Und Jedes Alles Fertigmache Obwohl Wäre schon cool Aber Ich bin ja kein Hacker Also so Kein Hacking Und ja Dass ich hier Oh Da war ich wohl Ein bisschen zu langsam Ja wie gesagt Dass ich hier jetzt Als Aufnehmen Der ultimative Beweis Dass ich einfach sonst So gut bin Ha Sich selbst Auf die Schulter klopfen Wo bist du Ah die Die ist auch nicht schlecht Ach du Heiliger Oh Ja Fail Ein bisschen Panik Ja Tut nicht gut So Panikreaktionen Sind überhaupt nicht gesund Ja Oh ne Oh Ne Ich feile gerade Obwohl ich bin der Beste Vom Team Also Naja Sei es drum Nehme ich in Kauf Mit der USP Auf ne riesen Distanz Ah Wie lang geht das Spiel noch Oder 10 Kills Nehme ich in Kauf Ticks geworden Doch eine glaube ich So Oh ne Jetzt hab ich gedacht Ich fall runter Oh in deinen Mund hinein So Äh Das Spiel ist jetzt auch glaube ich Boah Bald zu Ende Und es ist natürlich mein letzter Kill Ja wie gesagt Was wie gesagt Ich wiederhole das zu oft Mein Kill ist der letzte Kill Juhu Take that Bitch Äh ja Äh ich hoffe es hat euch gefallen Ein 30 zu 5 Natürlich alles live aufgenommen Äh Und Ja Wir sehen uns bei meinen Let's Plays Oder beim nächsten Commentary Peace